Grassilage Grassilage, eine wichtige Futtergrundlage für viele Betriebe. Nährstoffreich muss sie eingebracht werden, deshalb ist hohe Schlagkraft ein entscheidender Faktor in der Grassilage-Ernte. Mähen und Bearbeitung sind mit den Kreiselmaschinen von Fahr hervorragend gelöst. Aber auch für die Bergung bietet ihnen Deutzfahr ideale Lösungen. Fahrlade, Kurzschnitt, Ernte- und Flachsilo-Erntewagen sind wirtschaftlich optimal für alle landwirtschaftlichen Betriebsarten, aber auch für Maschinenringe oder Lohnunternehmer. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Einfache Bedienung bei allen Arbeitsgängen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für hohe Leistungen. Der zentrale Leitstand am Heck des Erntewagens ermöglicht Bedienung von einer Stelle. Einschalten des Querförderbandes, Einschalten der Dosierwalzen, Einstellen des Kratzbodenvorschubes. Die große Wurfweite des Querförderbandes garantiert gute Beschickung auch ungünstig liegender Silos und verringert dadurch ganz entscheidend die schwere Arbeit des Verteilens. Saubere Aufnahme, auch bei kleinen Schwaden und bei kurzem Gut, ist das besondere Merkmal der geschobenen Fahr-Pickup. Gute Bodenanpassung mit den in zwölf Positionen einstellbaren Stützrädern. Der enge Zinkenabstand lässt keinen Halm liegen. Hydraulische Knickdeichsel, Bodenfreiheit unter der Pickup bis zu 600 Millimeter. Dadurch problemloses Befahren aller Fahrsilos. Mit der Dossiereinrichtung wird eine gleichmäßige Schicht über das Silo abgelegt, die einfach und ohne Handarbeit verdichtet werden kann. Noch höhere Bergeleistungen mit dem Flachsilo-Erntewagen. Sechs Rechenhochleistungshochförderer, hydraulische Knickdeichsel, Schnellabladedossiergerät, Fernbedienung für Kratzboden, Dosierwalzen, Querförderband und Rückwand. Zwei Fahrzeuggrößen mit 5,7 oder 7,4 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Ruhiger Lauf und äußerst geringer Bodendruck durch die Tandemschwinge, besonders wichtig beim Überfahren von Fahrsilos oder auf unebenem und wenig drahtfähigem Gelände. Ungemein schnell das Abladen. Vom Fahrersitz wird die Rückwand hydraulisch entriegelt und ausgehoben, sowie die Dosierwalzen elektrisch eingeschaltet. Bei allen Funktionsvorgängen, laden, transportieren und abladen, braucht der Fahrer nicht abzusteigen. Hohe Abladeleistung ist entscheidend für die gesamte Bergeleistung des Verfahrens. Der Flachsilo-Erntewagen F390 wird in 1,5 Minuten völlig entladen. Das Besondere dabei ist, dass das Abladegut bis zu 3 Meter verteilt wird. Ideal zur gleichmäßigen Befüllung aller Fahrsilos. Deutz-Fahr-Fachsilo-Erntewagen können jederzeit auch zur Stallfütterung eingesetzt werden. Leicht und einfach lässt sich ein Querförderband anbauen und einsetzen. Durch diesen universellen Einsatz werden die Wagen noch wirtschaftlicher. Beim Befüllen eines Hochsilos mit Gebläse ist entscheidend das feinfühlige Dosieren. Eine Bedingung, welche die Deutz-Fahr-Erntewagen voll erfüllen. Denn Fördergebläse haben einen sehr engen Ansaugbereich, in dem sie optimal arbeiten. Mit dem angebauten Querförderband wird zentimetergenau an den Gebläse-Einlassstutzen herangefahren. Es spielt keine Rolle, ob nach links oder rechts abgeladen werden muss. Die Bedienung ist einfach. Ideal der Standpunkt der Bedienungsperson, verbunden mit bester Überwachung des Abladevorgangs. Nur ein Hebel für die gesamte Steuerung des Kratzbodens, ob Vor- oder Rücklauf. Auch das Querförderband und die Dossierwalzen können bei Störung im Gebläse blitzschnell mit einem Hebel abgeschaltet werden. Die lästigen Gebläseverstopfungen werden damit wirksam verhindert. Auf Wunsch kann ein Zapfwellendurchtrieb angebaut werden. Moderne Technik ist selbstverständlich. Einfach und wartungsfreundlich das Grundprinzip. Die geschobene Pick-up mit dem engen Zinkenabstand. Direkt wirkende hydraulische Aushebung mit einstellbaren Entlastungsfedern. Keine Drahtseile und Umlenkrollen. Für die gute Bodenanpassung in zwölf Positionen einstellbare Stützräder. Rechenkettenhochförderer. Heute Stand der Technik. Schon immer selbstverständlich bei Deutz-Fahrwagen. Wahlweise drei oder sechs Hochförderrechen. Automatisches Ein- und Ausschalten des Hochförderers durch das Anheben oder Ablassen der Pick-up. Kein Absteigen vom Traktor. Extrem ruhiger Lauf ohne zusätzlich eingebaute Verschleiß-anfällige Geräuschdämpfungsteile. Fremdkörpersicherung bei Deutz-Fahrerntewagen von Anfang an dabei und bestens bewährt. Die Messer können vollständig ausschwenken, dadurch absolute Sicherheit auch bei großen Fremdkörpern. Kein unnötiger Verschleiß der Messer und des Hochförderers. Moderne Technik auch beim Abladen. Alles einfach und funktionell. Leichtes und schnelles Öffnen der Rückwand in zwei Positionen, je nach Höhe der Durchfahrt. Alle Umstellungen für verschiedene Arbeitsverfahren können von einer Person durchgeführt werden. Hilfskräfte, die doch meistens nicht vorhanden sind, benötigt man nicht. Abbau des Querförderbandes. Links und rechts entriegeln. Links und rechts getrennt aushängen. Fertig. Der Anbau ist ebenso einfach. Rechts einen Kei lösen. Links einen Stecker ziehen. Jetzt ist die Dosierwalze vollkommen frei und kann ohne umständliches Verkanten abgenommen werden. Der Einbau ist ebenso einfach. Hohe Sicherheit und viel Komfort bringt die Kratzbodenendabschaltung. Nicht nur optisch wird der Befüllungsgrad angezeigt, sondern automatisch wird der Kratzboden abgeschaltet. Beschädigungen und Anlaufschwierigkeiten der Dosiereinrichtung werden dadurch sicher verhindert. Aufbauhöhe verändern, eine der wichtigsten Funktionen im Futterbaubetrieb. Keine Stecker oder Splinde, sondern praxisgerecht für den rauen Einsatz. Selbst der Verstellhebel wird einfach vom Boden aus gelöst oder wieder befestigt. Kletterübungen sind nicht erforderlich. Der praktische Einsatz stand Pate bei der gesamten technischen Entwicklung. Die Heuernte beginnt. Deutz-Fahr hat dafür die idealen Maschinen. Kreiselmäher, Kreiselheuer und Kreiselschwader. Kreiselheuer und Kreiselheuer und Kreiselheuer. Kreiselheuer und Kreiselheuer und Kreiselheuer und Kreiselheuer. Zur Heubergung die Deutz-Fahrerntewagen E-327 und E-390 von 4,0 bis 7,4 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Schonende Förderung mit dem Fahrhochleistungsrechenkettenhochförderer mit drei oder sechs Rechen. Einfach verstellbare Schneideeinrichtung mit Fremdkörpersicherung. Besonders wichtig bei der Heubergung das große Ladevolumen für hohe Schlagkraft. Die Kurzschnittladewagen K327, K350 und K390 ergänzen das Deutz-Fahrwagenprogramm. Alle Vorteile der Erntewagen sind auch hier eingebaut. Der Unterschied liegt in der Abladetechnik. Kurzschnittladewagen sind dort ideal, wo Abladevorrichtungen bereits vorhanden sind. Mit der Schnellentleerung sind auch bei diesen Fahrzeugen höchste Bergeleistungen bei Silage oder Trockengut möglich. Tägliches Futter holen. Die ideale Kombination. Deutz-Fahr-Frontkreiselmäher, Deutz-Intrack und Deutz-Fahr-Erntewagen. Futter mähen und laden in einem Arbeitsgang. Im Stall automatisches und dosiertes Abladen. Schneller und einfacher geht es nicht. Gleichgültig, ob Gras- oder Mais-Tillage. Deutz-Fahr-Kurzschnitt-Ernte- und Flachsilo-Erntewagen sind auch hierzu bestens geeignet. Produkte der Deutz-Fahr-Landtechnik. Ein breites Programm für alle Ansprüche.